ja hallo herzlich willkommen zu einer kleinen ankündigung für den montag ab 21 uhr am montag um 21 uhr werde ich live gehen mit outlast 2 auch mit facecam auf twitch tv und ich werde dann auch ein bisschen zeitversetzt das erste youtube video raushauen für outlast 2 also alle die sich mal ordentlich gruseln mit mir wollen die können dann gerne da mal mit reingucken wollte ich euch mal darauf hinweisen im hintergrund läuft jetzt gerade die outlast 2 demo gab es vor einer gewissen zeit mal in steam und da hatte ich ja auch schon mal ein let's play dazu gemacht und wie gesagt die demo unterscheidet sich aber gewaltig jetzt zu der endversion also deswegen seid auf jeden fall gespannt ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß und würde mich freuen wenn ihr montag damit einschaltet also ich denke mal ich werde so zwei bis drei stunden stream denn das spiel und dann immer so ein paar mal die woche also ein bisschen versetzt und ja alles klar dann wünsche ich euch ja noch ein schönes wochenende und dann bis montag 21 uhr tschüss direkt vor uns aber direkt vor uns da ist er sieht ja den schuh noch da oh gott da ist er direkt vor unserer tonne mit der machete in der hand jetzt geht er weg da kommt schon der nächste ja was gucken was jetzt hier noch machen können müssen jetzt irgendwie hier weg ich gehe mal raus jetzt direkt vor uns kommen rüber hier oh gott oh gott da ist alles voll wo müssen wir hin ist hier nichts mehr der macht uns tot hier das war nicht der richtige weg mal sehen wo er jetzt gespeichert hat noch mal das ganze hier kommen wir nicht weiter eigentlich nach links genau hier lang müssen wir wo wir da hinkommen war die brille wieder verloren oh 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 wer ist sie denn okay ach du scheiße der hat uns der hat uns die männlichkeit genommen okay okay das war es das war die demo oha mensch 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 auf jeden Fall ganz cool gemacht bin auf jeden Fall gespannt ja wie die Vollversion denn Anfang nächsten Jahres losgeht ja gut dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge euer Anderwaterfang Tschüss das war's das war's das war's und dann bis zur nächsten Folge ja Untertitelung des ZDF, 2020